Du kannst doch jetzt vor dem Haus gucken, ne? Ja, hier ist nichts. Aber wo ist denn der, der das Silbergetöse hat? Tja, vielleicht kommt das auch aus dem Wald, aber das hörte sich sehr sehr nah an. Ich fahr durch den Wald mit dem Motor. Oder das war doch der, den ich erschossen hab, weil der ja weg war. Auch möglich, aber elf sind ja prinzipiell noch unterwegs irgendwo, ne? Ich fahr ja Fisch außen. War das ein Helik? Ach, jetzt haben sie hier. Das ist doch nicht der Nordschub Helik, oder? Das ist einfach mal ein Kack-Mie. Ein Kack-Mie. Achso, die Mie, die nie kaputt geht quasi, oder schwer kaputt geht. Genau. Hau mal ab, ey. Mein, mein. Was ist eigentlich die Ego? Wollte nie. Oh, nee. Lass mal. Aber die auch so. Ja, die du, die du. Aber ich kann auch die Kiste nicht zugreifen. Ah, shit. Da sind nicht genug Prozent. Nicht genug Prozent KIs tot. Aber ich kann mit meinem Moped hier mal eine Runde drehen und gucken, ob die irgendwo in den Büschen hoppen. Ich meine, zu verlieren hab ich jetzt eh nichts. Also mein Moped. Wo seid ihr hier? Alter, jetzt schießt die Ego noch zu mir. Oh, hier geht's abwärts. Aber kräftig. Huuui! Alter, steiler Berg. Steiler Berg. Wer um was schießt, wird auf mich. Die Mie. Oh. Oh. Geh weg. Lass mich. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich fahr doch hier nur Motorrad. Mensch. Sauhund. Wann das? Oder was? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Ich bin vor noch nie. Nicht jetzt. Wann du alles hin? Ja, nein, nein. Das ist wohl durchsiegend. Die müssen doch hier irgendwo sein. Ja, eben. Ja, jetzt praktisch, wenn ich die Mie zu den übrigen KIs locke und die die abschießt. Das ist doch der Bergkamp, wo die verschwunden sind. Ja, eigentlich schon. Also wo ich jetzt hochfahre, weil ich wohin. Das müsste da sein, wo die hingerannt sind. Die Pell... Wir haben mehr, wir schaffen es. Das hält doch auch schon wieder unnötig auf hier. Wir schaffen es. Wo ist das der Kamm? Wo ist die Mission? Oh kacke, ich betrete hier ein Mienenfeld. Nein, 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 nein. Wo ist das Mienenfeld? Oh, hier sind sie, hier sind sie. Ich gerade glaube ich, oder? Echt? Okay. Blackhawk ist abgestürzt. Ach ne, das war nicht die. Hier ist keiner. Das Einzige, was auf mich schießt, ist die Mie. Ja. Das ist ziemlich gut. Wunder. Wo sind denn die Botschen? Weil, wenn die hier wären, müssten die doch jetzt auf mich schießen. Und der Einzige, der, was mir auch auf mich schießt, ist das Mie-Ding. Ich stelle aber trotzdem das Moped mal her. Jawoll. Sehr gut. Oh, up to Mie. Das ist keine Mie mehr. Das ist eine Mie-Mie-Mie. Das ist eine Mie-Mie-Mie. Ein Bums. Eine Bums-Mie. Eine Mie-Mie-Mie. Jawoll. Oh, hinter schießt's. Ja, ich hör's. Ach so. Die aus der Mie. Wo sind unsere Butzchen? Oh, alle drei aus der Mie-Mie-Mie-Mie-Mie-Mie-Mie-Mie-Mie. Ach hier, hier lieg' ich rum. Ich hab schon der Zombies gehört. Wo sind sie denn? Hier drin. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Meine Eltern. Meine Eltern. Meine Eltern. Meine Eltern. Meine Eltern. Geht noch nicht. Mann. Aber wenn wir die Hungs nicht finden, dann haben wir ein Problem. Dann kriegen wir das Zeug nicht. Aber das Schlimme ist, die müssen sich auch gar nicht in den Bereich aufhalten, ne? In dem roten Kreis. Nee, die können auch weglaufen, ja. Die können auch stiften gehen. Leider. So, das brauchen wir nicht. Ach so, die haben die denn hingehrennt. Das ist die Frage. Ja, woher schießt ihr? Ja, ich schießt. Ich weiß noch nicht wo. Von weit weg, das kommt von sehr weit weg. Wir leben. Wir leben. Ach so, das. Piraten um der Insel. Das ist nicht zu viel Spurs. Bin sie Affe. Das stimmt. Wo schießt sie auf mich? Ach, da unten. Hast du gefunden? Weiß sie nicht. Ach, da kommt schon wieder was angeflabbert. Das bin ich. Ach so. Denkt dran, hier sind noch Minen, ne? Ich dachte, da kamen doch grad die Schüsse. Naja, ich will da nicht landen. Ach so. Du willst da aufstehen? Ja, wie? Was? Wo? Was? Was? Ich bin gestorben, aber ich weiß nicht von wo es kam. Shit. Wo ist die Kacki? Naja, kann ich auch wahrscheinlich nur im Weg. Ist alles nah in dem Wald runtergerand? Ja, hier so. Hier so. Hier über diesen Kamm. Wo ich jetzt, siehst du mich? Ich geh immer schnell wohin. Ja, da unten. Genau, über diesen Kamm sind die verschwunden. Was denn? Ich bin ja ganz knapp an der Tanne vorbei. Oh, ich denk dran, die Tannen sind gefährlich hier. Hier sind sie weggelaufen, aber... Hier liegt... Ist das Daniel, der hier liegt? Ich denke ja. Ach so. Radio... Ach nee, das ist... Nee. Äh, ich glaub die liegen hier vor mir im Wald. Da. Oh ja, tun sie auch. Ich hab sie. Vor mir. Also, wenn ich jetzt geradeaus runterlaufen würde, da liegen sie. So. Kann ich hier landen, oder bin ich hier noch... Hier... Äh... Also hier... Ich seh hier zumindest keine Minen. Bis hierhin bin ich auch mit nem Moped gefahren. Oh, wunderbar. Hier fliegen wir auch wieder so. Oh, doch. Hab ich jetzt halt losgehört. Hab ich doch doch nicht gesehen. Ah, da. Haben sie gefunden. Ja, aber die sind tot. Hä? Wieso sind die tot? Oder war das die Dingsbesatzung? Das war vielleicht die Heli-Besatzung? Kann sein, ja. Shit. Naja, waren sie es nicht. Wo seid ihr hier gespawnt? Äh, Pablovo. Guck mal, Pablo... Glaub ich hieß das. Na, ich mit G irgendwas. Gablo... Hm. Im Prinzip ja müssen die hier irgendwo sein. Oder sind die fort zum Flughafen gerannt, dass die umrunden wollen? Oh, doch keine Elf. Na gut, in dem Spiel ist alles möglich. Ja, was da. Kaput hier eben. Aber da beim Airport habe ich alles abgeleuchtet. Ja. Im Prinzip ja sind sie hier in meine Richtung verschwunden. Bei elf Leute... Schon seltsame. Sollte man ja wenigstens mal einsehen. Ja. Die hocken irgendwo in der Kneipe und machen sich einen bunten, ja. So. Denken sich, haha, ich komm eh nicht an die Kiste, wenn wir weglaufen. Oh, da liegt einer. Ich glaub, der ist auch tot. Ne, das ist Daniel, der hier liegt. Und vor sich hin blutet. Oh, hier ist ein Abbaustein. Schön. Ich guck mal eben, was da drin ist. Na, mach mal. Ja. Tja, Daniels Leiche habe ich, aber... Oh. Oh. Wer schießt? Ah, Aldi. Alles klar, ja. Ja, ja. Abbaustein. Du hast nicht gesehen von... Blutig? Ich hab nicht gesehen von wo die geschossen haben. Okay. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Was hat das jetzt hier? Da ist nix. Da ist nix. Wie seh ich denn, wer das ist? Wie seh ich denn, wer das ist? Der hat mich auch noch verschluckt. Ui, entschuldigung. Ich glaub, da kommt jetzt wieder ein Heli. Ja. So, er liegt hier rum. Oh, jetzt hab ich aber auch... Hilfe. Das ist deine Leiche hier, wo ich bin, ja. Ja. Okay. Die muss ich dich ja von... irgendwo erschossen haben. So. Alter. 11 Boots können doch nicht einfach so verloren gehen. Hallo. Aber erinnert euch. Ich hatte ja auch mal, äh, ne Mission bei uns, ne? Bei der PS angefangen. Ja. Und da waren auf einmal 20 weg. Okay. So. Dann, äh, bin ich bei der Mission rumgelaufen, alles. War keiner mehr da. Ähm. Dann bin ich... Was hab ich denn gemacht? Ach so, dann war ich einkaufen. Bin zurück. Will weiterbauen. Ja. Und, äh, dann waren sie auch immer wieder da. Mhm. Äh, zwei Zehner-Trupps sind dann da rum hier ran. Okay. Ja, vielleicht ist das hier auch so ne Bucky. Jetzt. Aber irgendeiner muss doch Daniel erschossen haben. Der ist ja auch nicht da. Ja. Der ist dann... Wahrscheinlich hat er erschossen. Ja. Und dann hat er sie auch gewöhnt. Hahaha. Seltsam. Und ich sehe hier auch keinen einzigen. Ne. Warte mal, da ist Daniel das gleiche. Das kann ja dann nur von der Seite gekommen sein. Na, aus diesem Wald. Ja. Da ist ja viel. Aber da ist nichts. Ich meine, ich finde ja nervige Bots schon schlimm. Aber welche die weglaufen sind ja noch schlimmer. Hm, nochmals? Gute Frage. Ja, das kriegen wir halt zu der nächsten Mission. Ja, du kannst ja nichts weiter machen. Die ist ja jetzt angeschossen. Ja. Man könnte sie dann später noch mal kontrollieren. Aber... Ah, Leichen... Ja. Hab ich schon Geld eingesammelt? Ja. Das hab ich auch schon gemacht. Aber mehr kannst du ja nicht machen. Nö. Denn hier im Wald ist niemand. Nope. Ne. Da ist keiner. Na ja, jetzt sag ich der Mieter, gehen wir. Gehen wir nochmal hier auf den Berg. Probier. Probier. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Die haben sich gedacht, nö, nö, lass mal. Ich hör was fliegen. Ja, bin ich. Die sind bestimmt schon von meiner Sniper weggerannt. Weil die so laut macht. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde sagen, kannst du uns ja abholen, Daniel. Aber mach mal lieber nicht. Ne, ne, lass mal. Dann haben wir ja wieder keine Mie mehr. Ja. Vielleicht ist das. Seltsam. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Da bin ich jetzt so weit hier gelaufen. Wow. Na wie gesagt, man kann ja jetzt mal eine andere Mission machen und behält die dann beim Auge. Vielleicht kommen sie ja wieder. So. Oh, die sind ja nicht mal weggepackt, die sind ja einfach nur weggelaufen, ne. Die sind ja fortgerannt. Und das hab ich, wenn ich alleine Missionen mache, hab ich das ganz häufig bei dem letzten Gegner. Der letzte verschwindet dann immer irgendwo und dann kann ich die Mission nicht abschließen. Echt? Reicht das? Achso? Echt? Ja, ja. Also bei den alten. Ich mache nie die großen Dinger hier. Ich mache dann bei den alten bisschen. So. Wurde ja auch zwei. Ist keiner da. Also das fand ich früher eigentlich schöner. Weil da konntest du sicher sein, dass die irgendwann mal zur Mission zurückgelearcht kommen. Oh. Ist ja nur ne Gelbe. Und dann können wir gleich die Ikea da noch einsacken. Hm. Welche Moses hast du hier schon rumstehen? Ich weiß nicht, ist das eine, die du geflogen hast, oder eine, die dich gerade hier nicht gefüllt. Stimmt, das andere war so auch rein. Ich hab dich nicht eingepackt. Ne, mein, das ist ein Mobbettradio. Oh nein. Äh. Was war das denn jetzt? Äh. Du? Äh. Äh. Radio. Entschuld. Hm. 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 Ich scharg. Oh. Ups. Geh, schweine. Wo geht's die denn hin? Komm hier rechts, oben, nicht rechts. Rechts, ne? Rechts aufs freie Feld, oder was? Nee, da ist die hier. Ja, hier ganz unten sind doch keine Mienen mehr, oder? Das hat mir angezeigt. Ja, ja, bei dir da, aber hier unten ist doch kein... Wo ich bin. Nö. Hier ist nix mehr. Hier kannst du lang. Da brauchst du nicht ganz runter zu gehen. Ich glaub, ich kann das so irgendwann mal rein jetzt. Oh, nicht doch. Hä? Ich will nicht der Tresor zugreifen. Jaaa, jawoll. Ja gut. Gut, also. Neue Mission, neues Glück. Ja. Oh, ach da. Da schießen die vom Radio natürlich gleich auf die Höhe. Oder das sind unsere verlorengegangenen Bots. Kann ja auch sein. Ne, Daniel hat ja gesagt. Ach so, das sind die Radio-Bots. Die Radio-Bots. Genau. Na, was war die Gesichter. Was war die Gesichter? Was war die Gesichter? Joa. So, wo geht's hin? Wollt ihr die gelbe Mission da vorne machen? Ich glaube, er steuert sie ein, ja. Die Ikea, die Ikea. Wollen wir mal, dass die Ikea nicht in der Gelb drin ist. Ein bisschen. Komm, 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 komm. 900 Meter. Da geht noch mal die Kiste hin, ja. Da geht's hin. Daniel sucht die Munition und wir machen die Mission. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, Ikea ist ja... Was mich düngt. Das Rückposition ist nicht die beste. Jetzt bin ich mal Spanke, die Shepard. Die sieht auch nicht schlecht aus. Eifer. Wo bist du denn? Wo bist du? Vor allem bei dem Piratenschatz, den ich heute mal gemacht hatte. Oder gestern, wann das war. Ich hab das Scheißding ewig nicht gefunden. Dann dachte ich mir so, ach komm, landest du einfach mal. Guckst du zu Fuß? Bin gelandet und dann stand sie direkt neben dir. Ja. Das ist ja... nicht ideal. Wie nah müssen wir denn da ran? Kann ich ja mal zu dem Strohballen schleichen? Ohhhh. Wo ist er denn? Fliegt kommt jemand von uns? Nee. Oh je. Oh je. Irgendwie so. Ja. Oh, hier sind Mäuschen. Hier siehst du gar nichts. Warte, jetzt ist er richtig hier. Ja. Kannst du ja gleich in die Mission rein kriechen. Ja. Einer die Ikea-Kiste schon oder? Nee. Das sieht von hier aus richtig bescheu aus. Ich bin in die Mission rein. Also hier sieht man sieben Picken. Ohhhh. Geht doch mal. Spielen. Boah, was ist denn jetzt hier los? Wieso sind hier so viele Kollegen? Kannst du mal weiterlaufen? Beim Waffe wechseln, Mann. Ich? Hilfe. Zum Bienen. Ja. Da ist noch einer. Komm her. Ja. Ich muss aber Ruhe hier. Die Mission, du wirst echt blöde gespawnt. Huh, die sind gar nicht mehr so weit weg davon. Seh ich gerade. Oh, da vorne sitzt du ja schon. Jaja. Wo ist denn da vorne? Oh, da ist da vorne. Ach, da sind sie ja alle. Naja, aber. Ja, ich sehe drei. Vier. Viele. Ja, ich auch jetzt. Was? Oh, dann soll das jetzt zittern. Sehr angenehmer. Die Position ist allerdings grützi grütz hier. Ach, da brauche ich besser. Mit Deckung ist ja auch nicht viel. Mit Deckung nicht? Aber sieht man da was? Ja, ja. Man sieht ja auch ganz grau. Okay. Ach, da ist eine MG. Ja, ja. Uh, ja. Also, ja. Heli. Vielleicht mal wegnehmen wir. Ja, ja. Kommt ein Heli. Oh, oh. Dahin. Bleibt. Wer macht uns ja nicht. Wieso schießen? Ich bin weg. Au. Ich bin weg. Ja. Was ist das? Bei der bescheidenen Deckung. Oh, wie ein Heli schießt. Klar. Warte mal. Ich guck mal. Ob ich was für den Heli tun kann. Die Mission ist ja da. Ja, komm her Heli. Ich hab was für durch. Ja, komm. Der Sniper kratzt echt mehr. Ich hab auch noch mehr für dich. Ich hab auch noch mehr für dich. Ich hab auch noch mehr für dich. Ach ja. Der Quarker. Ach, schau. Scheiss. Oh 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 nein 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 nein. Guck, ob ich noch was mitmachen. Ach, dann ist das war ein Name. Ich hab doch eine Gefahr erzählt. schweine der weg hätte ja wenigstens in die mission folgen können da ist er ja fast frage ich mich auch eigentlich nicht wo doch da am weg er hinter uns meine ich am wald ich sehe im moment sind die auch tot und gehören die zur mission oder was waren das für granaten doch ja da war einer und ich muss mich verbinden ganz schnell ein polizist ich glaube die anderen sind nicht tot oder sind die tot nicht nicht die vom heli sondern die die herum gelatscht sind insgesamt 24 stück und sofern wir noch nicht erwischt ok ich meine jetzt hier die ich hoffe dass einer von uns neben mir alles war sie nehme ich etwas fast vom gerade das 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 war jetzt das wäre ja mega fies ich hatte doch blut mit wo ich das so was ist ja wieder los einmal blut ach so ist es wieder hier ja schon besser schon besser ich hab das gescheiteste mit hier rumliegt schwein die st 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 Hm, da müssen wir sonst Geld. Wollten das? Zwei erschossen und dann von rechts gerade. Von rechts? Ja, die sind hier glaube ich, das hörte sich ziemlich nah an. Okay. Das ist auch genau. Das war eben auch noch von wo. Checky check von rechts. Jetzt höre ich aber einen Heli. Oh echt? Ich bin es diesmal nicht, ich bin schon da. Und Daniel kann es noch nicht sein, der ist gerade erst gestorben. Na Freude. Ist der nur los? Das ist ein Zombie. Oh, ich muss unbedingt hier die Schärfen einschneiden. Ich muss schon mit meiner Schärfung nicht. Das ist ein bisschen zu scharf. Ich sehe ein bisschen zu viel. Es ist sowieso eklig scharf. Gucken wir jetzt hier. So, Agrofic. Äh, erweitert. Äh, T-Lasing. Äh, T-Lasing kann man ausmachen, ne? Oder? Ja. Deaktivieren. Ups, was war das denn? Ist das jetzt besser? Äh, das ist egal. Äh, 16 zu 9. Oder das? Ja, wo ich spiele das ja okay. Äh, mal leer an. Äh, wächst mal an. Äh, wächst mal an. Ist das der aktuell? Tunk. Hm, okay. So, da hin? Okay. Ist das so? Mal gucken. Deswegen. Mal noch so. Scharf scharf. Ja gut, das ist ein bisschen besser als das. Mh. Hm. Hm, dass die jedoch da alles gleiche rausgehe? Vielleicht hättest du mal oder mal mal datasethleine. 120 sondern noch sein und ich schon wieder okay jetzt bestellt da hinten ist ja noch ein g das ich höre was schießt noch ich sehe keinen ok immer noch ein zombie st m k k die mütze sonst denn die schlinge hier ist die kiste übrigens da stehen welche rum ich habe sie hat mich ja ja die sitzen dann der weitkante macht das will an die hosen und ich blute eine verbindung die kehrkiste ist ungefähr auf meiner position komischen händler ist das kriegt sicher zu hallo ich nehme noch darum der liegt anstatt mich jetzt nicht mehr da ist noch einer jetzt guckt keiner mehr trifft ihr mich nicht? da läuft noch was ich liebe die dmr irgendwas schießt auf mich es hat auf mich geschossen und dich getötet nicht? da auf dem feld mitten drin liegt der mal kann ich halt ihn nicht heilen und alles da aber auch hab ich naja kann man ja mal quetsch doch schon wieder auch da auch das jetzt der der geschossen hat so tot 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 quoted die mich hier die ganze zeit gemerkt haben liegen ja auch alle gechillt rum schießen wir viele sind denn überhaupt noch da so ist der will an die umfall ja jetzt ist er ja der stand aber nur da obwohl ich schon ein paar da lag noch einer irgendwas schießt auf mich ist bei mir eine kugel vorbei gezischt ich glaube ich weiß woher ja aber die wo ich dachte sind es nicht weil die sind schon tot oder stellen sich tot schießt nicht noch mal ich habe es nur zwischen gehört gibt es zu ok deswegen schießt doch keiner mehr das ist schön die station wo denn du läufst doch nicht mehr zockt auch nichts mehr ich muss mal ein lücken machen einer ist noch da einer 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 na der liegt da bin ich halt Was ist das? Tod. Hm. Das ist das Busch, Busch. Tja, wo ist er? Wo ist der olle Lümmel? Oder auf der anderen Seite von dem Heli. Ich schieb gleich mal hinter den Heli. Oh, Asi. Scheint mich doch nicht so. Ist er doch tot, oder? So. Verzeig nach oben. So, jetzt kann ich meine Heli schielen. Nö. Ui. Nanu. Ui. Ui. Bist du das? Also ist das bei dir oben? Bei dir oben? Ich weiß nicht, hat er gerade bei dir geschossen? Hinter mir? Ja, 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 ja. Ich höre das nur aus der Entfernung, deswegen. Was ist das denn? Ich dachte, das kam jetzt von der Mission unten. Das ist ja cool. Der eine, der da noch fehlt. Naja. Wird das alles relativ entspannt. Im Moment. Ich habe hier schon wieder Wildspawner hinter mir kommen. Auch möglich. Ich habe mich jetzt auf den Boden geschmissen. Jetzt hat so aufgehört zu schießen. Hier bewegt sich aber wirklich nichts mehr. Ich laufe jetzt zum Heli. Hm. Juppei wie hier und juppei da. Tadaa! Mission ist ausgelöst. Ui. Wer schießt? Ui. Ui. Wo und wer? Ich habe es nicht gesehen. Shit. Bin jetzt gerade hinter dem Heli in Deckung. Immer dieser Letzte, ne? Hihi. Ja. Oh, oh, oh. Ich. Ich auch. Ne, ich lebe noch. Wo ist eigentlich Daniel? Kurz auf Toilette. Ach, du lebst auch noch? Ja, ja. Ich gucke gerade, wo die Schlüsse kommen. Der Typ ist beim Heli. Der Typ ist beim Heli. Also bei dem Crash-Heli, der da unten liegt. Wahrscheinlich sehe ich nicht für dich den ganzen Rauch. Ah. Beim rosa Rauch. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Betonung liegt auf noch. Äh. Oh, hat denn der Kreppel hergeschossen? Hä? Ja. Ist denn der Sch... Oh, jetzt lebe ich nicht mehr. Gefunden. Was? Was ist denn gefunden? Der ist vor mir. Also du läufst quasi, wenn ich von deinem Namen ausgehe, läufst du genau drauf zu auf den Typen. Upsi. Wür نہیں. usa testimony Northeins, oder? Señaltx. Denn daрост感taome Rim. Nicht aller ebenso entfernen und zusammengefä transported kann. dass man runterkro silver hat denn zu sein. its funktioniert nicht nur so? Oder pets. lethal vermases.